Boah Wie geil Wie die Eder eingeschlagen Guck mal, das geht gar nicht so stark Welchen nimmst du? Mir ist egal, suche du aus Dann nehme ich immer den hier Okay Na, meine Fahrerscheibe muss heile sein Jetzt lenkst du nach rechts Wenn du startest und kaputt Lenk mal nach rechts Kaputt, da kann man gar nicht einschlagen Richtig Der zieht mich aus meinem Auto Als ob Ich muss da schnell hinfahren, sonst spawnt das weg Das wäre echt ärgerlich Ich bin auch noch einen falschen Weg gefahren Alter wie der abgeht Ich bin im Baum Lenny Als ob Ich bin unterwegs Das kann auch wieder nur uns passieren So was Schieb mal bitte Gib mal einen Schubs Wie kannst du denn da jetzt so drin hängen? Wie kannst du denn da jetzt so drin hängen? Wie kannst du denn da jetzt so drin hängen? Was war ich? Hat es gereicht? Ist denn mein Licht wegen dir kaputt? Oh So ich hol jetzt die Knappe raus Das sehe ich jetzt gar nicht an Wenn jetzt die Scheiß wegst Dann raste ich aus Oh fuck Oh fuck Rein steh hier rein steh hier rein Bin drin Schneider du musst auch kommen Jetzt musst du auch drei Minuten warten Wir dürfen die Scheiß auch nicht verlassen ne Ja in der Zeit können wir auch mit den Handwerkern mit stehen Moin Moin das ist euer neue Lieferwagen Echt Wir müssen im Auto sitzen bleiben Warum? Weil die Zeit sonst nicht abläuft Geh jetzt da rein Geh jetzt da rein Geh jetzt da rein Ja die direkt beleidigen die sind scheiß Amerikaner Die haben auch Böllungsgeber Kann man hier irgendwie Rallye Strecke machen? Kann man hier oben lang fahren? Ja kann man Rallye Strecke? Ja du musst an dem Rand lang fahren von den Mühle anderen Wie cool Gut hier kommt man nicht durch Bei dem Bauarbeiter Der Typ kam die ganze Zeit mit einem Noobbike Ja ok dann ist doch verständlich Hab ihn da mal runter gesniped Boah toll Und wie alt bist du? Frag mal im Chat Hör auf hier gegen Verkehrsstrecken zu fahren Na klar Tja das Schadensmodell in GTA 6 sollten die echt nochmal ein bisschen Also in einer Cover war das ja heftig Mit dieser Sum-Kamera In GTA 4 war das der Hammer Echt? Ja Mega geile Schadensmodell Du darfst übrigens nicht rausfahren Das ist richtig War gerade ganz knapp Ja war so Was? Wieso? Hast du jetzt gar nicht mitgerechnet? Doch eigentlich schon Aber ich hab gedacht du weißt aus Ne Ja Ey die Karren ne Die haben euch total schaden bis wir angefangen haben Warum schreibt der zu sich selber AHA eigentlich? Hat ja keine Formel Ja Äh Oh Die Kurve war sportlich hier Fahr mal andersrum und fahr mal die Kurve von da oben Das ist der Hammer Dreh mal um Echt? Ja Ja Ob das mal hochkommt Oder scheiße Man rückt jetzt ja Spiro den einzigen Sechszylinder im Transporter hat Der sogar abgeht Ja man Kannst dich auch umgeben Neul ist ja wirklich sportlich Nein dazu ist das Fahrverhalten zu gut von der K Neul Jetzt hat dieser Fahrverknall selber vergessen Ey 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 Das war jetzt nicht dein Ernst oder? Oh Gott sei Dank Oh alles klar Ah Die haben perfekt auf der Strasse liegt der scheiß Spiro Ey Ey Vollgas Spiro Power Help German Ähm Laterne Ich will da mal umkippen Nein Quäimt die Karre schon? Nein Ist doch Dass man man jetzt hier so lang fährt Hahahaha Pfff... Ah... Ey, gleich beim Eingefest werden wir uns auch wegramm, oder? Nein... Die Laterne ist unfahrbar? Was ist unfahrbar? Oliver Faber Sagt er... Ist hopp... Ist nicht Oliver Faber Meiner kippt nicht um! Das ist der Hammer... Ich glaube, meiner hat ein Fahrwerk von Honda oder so Ja, aber geil Das geht übrigens los, ne? Ja, nochmal umkippen Guck Wie kippst du da um? Ich kipp da nicht um! Wo geht's lang? Das Eingefest kenne ich noch gar nicht, glaube ich Auch nicht Vollgas Ah, komische Kackwege, die keiner kennt! Hä? Welchen müssen wir nehmen? Hier hoch, oder? Wahrscheinlich den hier, würde ich sagen Wahrscheinlich wendet das Ding gleich Ja, hoffentlich nicht Ah, jetzt kommt... Kaum ist eingefächt, kommt dieser komische Heli da oben Also erstmal musst du jetzt hier runterfahren Nein, ich will da nicht runterfahren Dann komm ich nicht wieder hoch in der richtigen Zeit Richtig? Im Centorno vielleicht Ja Wo geht's denn überhaupt lang hier? Hier hoch, oder nicht? Echt? Oder nicht? Das ist irgendwie ein bisschen grip Oder nicht? Ja, ich glaube du fährst ganz richtig, aber ganz korrekt Aber hier kann man auch noch lang fahren Also noch fahr ich hier oben, sonst ist es langweilig Guck Anhalten Fahr aber nicht raus Ah, links Ah, links! Hier lang Gib Kass Links abbiegen Echt? Ja, ich glaube schon Dremd sind sie einfach War das jetzt gut, was ich gemacht habe, oder war das nicht gut? Ja Ich glaube schon Ich glaube man muss hier Vollgas Du machst ja eine ganz schön enge Kiste da hinten, ne? Ich merke das schon Obwohl du so viel Laderaum hast Machst du eine enge Kiste Wo fährst du denn? Hier war ich glaube ich noch nie Echt schon Kann ich umsteigen? Kann ich nicht, ich wollte gerade sagen Das ist geiler Ja Ich hab so die drei Gäste Nein, nein, hier recht steht übrigens mal Da steht wieder Chat Bulli Da steht wieder Chat Bulli Hammer Wie bei der Olf hier noch steht Ah, pass auf! Hä, woher? Hier ist doch richtig, oder? Wolfgang, pass auf, so Aber wenn wir jetzt auf die Autobahn müssten, ne? Dann hätten wir ein Problem Erstmal ab, warte und schieße Also das Eingefächt kenne ich aber noch nicht Ich auch nicht Auf jeden Fall ist das schon mal die richtige Klasse Weil mit Supersportwagen wäre es Auf jeden Fall sollten wir vielleicht mal beschleunigen Wär es glaube ich noch Langsamer Weil Hör auf mich auszubremsen! Geiler, du Scheiß Wichser Porsche-Fahrer Irgendwo müssen wir jetzt hier lang Was hast du? Links oder rechts? Rechts herum Wenden! Wenden! Beschleunige doch! Warum bleibt das überhaupt stehen? Keine Ahnung Kann man auch einmal rausfahren? Ja, ne? Ja, kann man Ahhhh Kann man die Laternen alle mitnehmen? Ja Umsteigen Geil, wie Noch ein Speedo Die Gleichen Anahmenanlage Linker Vorne und hinten Ähhh Lenny? Ja Ja genau hier Was war eigentlich mit den Lichtern? Fahr doch mal! Äh, das wird aber jetzt ne enge Kiste für uns beide Oh mein Gott! Ich würde mal sagen, dass wir hier wahrscheinlich rein müssen Oh Danke, das fahren wir nicht Fahr doch Ich wollte uns mal auspressen Ja, oder? No, no, gas! Äh, kann man hier durchfahren? Danke! Oh nein, Lenny, gib Gas! Oh oh Sechs Fünf Vier Drei ist hier drin! Boah, war das Aschknapp Aber man konnte da durchfahren Nein, nein, nein Ähhhh Links herum! Was? Rechts herum! Das ist nicht der Weg Das ist nicht der Weg Das ist nicht der Weg Wie schnell ist das Ding eigentlich? War das eigentlich knapp? Ja! Fahr weg hier! Geil Auf mich zu sehen Jetzt wird hier erstmal gebremst Also geradeaus, Abi Nee, rechts Denkste? Durch den Scheißweg da Rechts Quatsch Kann ich einmal durch den McDrive fahren? Ja, kannst du Musst du sogar, sonst Achso Leute, die Parkplätze Guck mal, der Manana da links Sind weiß Eingeparkt Ah, rechts rum Rechts rum Ein Sekunde gestanden Feierabend Wie klein ist die Zone eigentlich? Ja klar Da passen glaube ich noch ein paar Tonnen Da passen glaube ich noch ein paar Tonnen ein Links herum! Ah, rechts rum! Was? Jetzt gibt der Vollgasch! Vier! Zwei! Eins! Null! Boah! Ich hab schon die Null gesehen Wie der einfach gewendet hat der auf! Ey, ich glaub das nicht, ne? Wieso ist mein Licht kaputt? Ich seh überhaupt nichts Hier war ich auch noch nie Ich auch nicht Hammer, Hammer Stelle Hä? Was ist das hier für ne Flughavenkacke? Äh Fahr doch mal irgendwo hin! Hör auf! Ich hab zu drängen! Hä? Jetzt regnet's auch noch! Hä? Ey, bei mir schneid's! Schneid's bei dir auch? Da sind wir auch da Links, oder? Ähm Jetzt wird's aber langsam hier eng, oder? Nicht abdrängen! Mach mal fair! Ist doch fair Ja! Nein, das ist nicht links herum, du Birne! Toll! Ah! Links, oder rechts, links, oder rechts! Was ist das denn hier für ne Scheiße? Fahr weg! Fahr weg! Nein, 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 nein! Was macht der denn? Ich gewinn das nicht! Nein, ich gewinn das! Jaaaaa! Nein! 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 Gewinner! Hä? Was? Das war der Hammer! War ich nicht am Ende drin? Eigentlich schon, nein, nein, das war's war zu der Hammer! Läuft! Hä, wie dunkel ist es hier auf einmal! Ist echt so! Was machen die jetzt hier mit den Karren? Können die was? Nein, guck! Äh, wo kam der denn jetzt her? Wohnt der sich irgendeine Scheiße hier? Kann das sein? Ja, kann man sagen! Weasel News! Hä, der spawnt da hinten irgendwas! Der hat dieses Quads gespawnt oder bin ich jetzt blöd? Auf jeden Fall sind jetzt hier zwei davon! In der Zeit für gar keine Quads rumfahren! Hilft sich! Also kann man ganz schnell hier weg oder was? Ja, eigentlich schon! Weil jetzt will ich nämlich auch schon durch! Gut! Dann fahr ich mal ganz schnell weg!